Wir sprechen jetzt mit Phyllis, die Tochter der Eltern, die in dieser Wohnung in der Lübner Straße wohnen und die jetzt bleiben können. Phyllis, deine Eltern wohnen bei der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft WBM in der Lübner Straße im Wanger Kiez. Warum war es so wichtig für deine Eltern, dass sie in der Wohnung bleiben können? Meine Eltern wohnen seit 40 Jahren in dem Kiezberg, sie sind als sogenannte Gastdienst in Deutschland gekommen. Am Anfang haben sich meine Eltern sehr praktisch in Deutschland gefühlt und viele deutsche Wolken natürlich mit ihnen zu tun haben, zum Beispiel auf der Arbeit. In den 40 Jahren, in denen sie hier wohnen, haben meine Eltern natürlich Freunde in ihrer Umgebung gefunden, meistens waren es Kürten. Sie haben sich eine neue Heimat in ihrem Kiez geschaffen. Ein Wohnungswechsel für die 70 und 80 Jahre ist nicht vertretbar gewesen. Meine Eltern brauchen die Unterstützung erfahren. Freunde im Alltag und ohne ihre Freunde wären sie extrem einsam und in ihrem Alltag lernt man auch nur sehr schwer Leute kennen. Meine Mutter hat einmal gesagt, bei einem Umzug hätte ich ein zweites Mal in Deutschland ankommen müssen. Das sagt schon alles. Einen Umzug hätten meine beiden Eltern physisch und psychisch nicht überlebt. Wir wollten nichts, dass meine Eltern in ihren Lebensjahren angetan wurden. Deswegen haben wir die Kinder gekämpft. Und seit wann hat die BWM darum gekämpft, dass seine Eltern nicht zwangsgeräumt werden? Wir sind schon seit Jahren im Spänen. Der Grund, dass die BWM uns rausschmeißen wollte, war, dass wir uns gewehrt haben. Wir haben uns nicht mehr alles gefallen lassen, zum Beispiel die Ungezüge in der Wohnung, kaputt das Fenster und, und, und. Die Wohnung war ja jahrelang in einem furchtbaren Zustand. Meine Eltern haben angefangen haben, Mieter zu mindern und Mängel anzuzahlen, Mieter zu straffeln. Dann haben sich Mietschulden angehäuft. Ich wollte die BWM in meiner Wohnung nur rausschmeißen. Ja, wahrscheinlich hätten sie die Wohnung in der Lage teurer vermieten können. Daher haben sie dann auch von der BWM einen Wohnungsanlauf unterbekommen, aber in einem ganz anderen Kiel. Das ist ja nicht akzeptabel war. Und wann und wie kam dann der Durchbruch? Also was denkt ihr, hat dazu geführt, dass die BWM dann schließlich doch nachgegeben hat? Erster Punkt ist natürlich, dass wir die Forderung nicht abgeruschen. Oder abgeruschen. Also meine Eltern waren fest entschlossen, nicht aus der Wohnung zu gehen. Und wir sind schnell abgeheben und haben uns nicht manipulieren lassen. Und zweiter Punkt war natürlich, seitdem wir Teil des Bündnisses sind, die wir wählen, wir sehen, dass wir als Familie nicht alleine dastehen, sondern wir eine große Mehrfamilie sind. Wir haben auch Kraft geschafft, dass andere Leute uns unterstützt. Dritter Punkt war, würde ich sagen, dass die Politiker sich noch eingeschaltet haben und haben plötzlich auf unserer Seite, wir haben auch mit der BWM-Fahrerin mit denen Druck gemacht. Dritter Punkt würde ich sagen, wir haben als Pündnis auch öffentlichen Druck ausgeübt, besonders durch das ZDN in der BWM. Da waren 30 bis 40 Leute in der Geschäftsstelle der BWM und haben uns einfach hingesetzt. Wir haben ihnen gezeigt, dass wir nicht aufgeben und weitermachen, bis sie aufgeben. Das haben wir ja am Ende geschafft. Meine Eltern bleiben endgültig in ihrer Wohnung. Und letzte Frage, was macht ihr am nächsten Donnerstag, am 14. Februar? Also wir sind natürlich am Donnerstag mit dabei, weil nur unsere Einigung mitfühlen kann, was die Familie Gülbold durchmacht. Wir können allen beweisen, dass wir nicht in der Unterzeit viele unserer Meinung sind, dass hier vieles ungerecht läuft. An diejenigen, die betroffen sind von Zwangsräumen, bitte, wehrt euch, bleibt nicht blind und stumm, habt keine Angst, sondern fahr weiter. Jetzt gibt es davon noch eine Übersetzung auf Türkisch von dem Interview. Ich übergebe Ali. Fürs, Ali'nin evde kalmasını neden önemli? Ja, tabii ki. Ailem 40 seneden bu tarafı Kreutzberg'de yaşıyor ve oturuyor. Amain geliyor ve çok zorluklarla durumları geçiyor. Bilindiği üzere o zamanlarda Almanların pek yabancılarla diyalogları gerçekleşmedi. Bunun üzerine yabancılar kendi inisiyatifleriyle kendilerine mutlu ve huzurlu yaşam ortamı buldular. Küçücük bir dünya kurdular sonuçta. 70 ve 80'lik bir insanın istemediği halde evden çıkarılması hiç hoş değildi. Ailem 40 senede kurmuş olduğu o dostluklara ihtiyacı vardı tabii ki. Bu yaştan sonra bir başka ortama, bir başka çevreye alışmak çok zor. Daha doğrusu imkansız. Bir sözü sanıyorum her şeyi anlatıyor ve ifade ediyor. Ben ikinci kez Almanya'ya gelmek istemiyorum. Ayrıca ailem bedensel, doğrutsal, yeni bir eve taşınacak bir durumda değiller. Bu yaştan sonra onlara bunları yaşamamak için savaş vardı tabii ki. Piliç, ne zamandan beri VBM'le çeki üşüyorsunuz? 2007'de bizlerin artık boyun eğmeyen kalkışmamızdan sonra başladı bu olay. Ne zaman haklarımızda o zaman bildikleri gösterdi. Tabii ki senelerdir alışık değillerdi bunlar. Yabancının bir anı, bazı haksızlıklara karşı başkaldı. Ve ben bunlara şöyle yanıt verdim, aileyi def etmek istedim. Doğru kafamıza vurdukça sustuk ama ne zaman hak aramaya çıktık adımız şikayetçi oldu. Madem çok şikayetçi olan bir aile idi, neden aileme yeni başka bir ev gösterdi? Sonuç belli. Oturduğumuz evi bizler çıktıktan sonra iki mesle değer artarak kiraya verilecek. Tabii ki bunları kimse söylemiyor. Başka türden açıklık veriyorlar. Ne zaman, başarı nasıl? Başarı nasıl gerçekleşti? Yere adım nasıl attılar? Dediğim gibi, bence birinci punkt, ailemin istedikleri bir saniye daha geri adım atmaması çok önemliydi bu konuda. Hiç bir şekilde manipüle olmadılar. Ne olursa olsun savaşacaklar, yani evi kendiliğinden bırakmamalarının direnmesi çok etkiliydi bu konuda. İkinci olarak, tabii ki bütnüsün içinde olmamız ayrı bir anlattı. Bizlerin yalnız olmadığını, bizler gibi düşünenlerin çok kişinin arkasında olmaları çok etkiledi bunları. Ev sahabini korkuttuk bu yüzden. Yüzlerce insan doğru yolda olduğumuzu gördüler ve bizlere destek verdi. Üçüncü olarak sanıyorum, politikacıların bir saniye savaşında evlerimizde olmalarının, yani arkalarımızda olmalarının ve destekleri bu başarıda da çok büyük rol oynadı. Politikacıların hatta vebeme çok baskı uyguladığı biliniyor. Dördüncü olarak düşünüyorum bütnüs, bütnüs olarak da çok eylemlerde bulundu. En son eylemlerime karşıydı ve ben binasında oturt, oturt, kırka yakın oturma eylemi gerçekleşiyordu. Kırk kişilik yani tabii ki. Orada bizlerin pes etmediğini ve büyük kalabalık olduğumuzu gösterdik onlara. Onlar pes edecek sandılar bizlere ama hayır öyle olmadı. Eyleme devam edildiğini açık ve net bir şekilde gösterirdi. Sonuç belli sonuçta. Savaş kazanıldı, ailem evlerinde kalıyor. En büyük başarıdır. Teşekkür ederim.